So machst du deine Katze glücklich. Gerade Wohnungskatzen macht ein passives Mitbestimmungsrecht sehr glücklich. So kannst du sie zum Beispiel die Futtersorte mitbestimmen lassen. Fülle dazu einfach zwei verschiedene Sorten in zwei verschiedene Näpfe. Ist ein Napf noch voll und der andere ist leer und deine Katze sitzt davor, weißt du, welches sie lieber mag. Dabei ist zu beachten, dass Katzen Snackfresser sind. Sie essen gerne viele kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt, anstatt wie zum Beispiel drei große Mahlzeiten. Bei Katzenklos gilt, immer ein Klo mehr als Katzen da sind. Auch hier kannst du verschiedene Streusorten ausprobieren und schauen, welches öfter benutzt wird. Katzen sind wie Beamte, sie lieben einen getakteten Tagesablauf. Somit macht es sie umso glücklicher, wenn es feste Spiel- und Kuschelzeiten gibt. Und spielen kann ziemlich einfach sein, da wir es mit in den Tagesablauf einbinden können. Egal ob beim Wäsche zusammenlegen, Bett beziehen oder aufräumen. Es braucht nur eine kleine Kugel oder einen Faden, um deine Katze spielerisch abzulenken. Katzen sind Meister im Verbergen von Schmerzen. Daher gilt für uns, aufmerksam sein. Sobald es eine Veränderung deiner Verhaltensweise der Katze gibt, solltest du nachforschen. Die Gründe bei Katzen können vielseitig sein, aber mit den Jahren solltest du deine Katze gut kennen. Was macht deine Katze besonders glücklich? Schreib es in die Kommentare.